Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Advanced Chemistry Box von den Beginnern. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Advanced Chemistry von den Beginnern. 2016 ist dieses Album hier erschienen. Und darauf hat man relativ lange warten müssen, denn der Vorgänger bzw. das letzte Album der Beginner, das war Blast Action Heroes und dieses kam im Jahr 2003. Also 13 Jahre hat es schließlich gedauert, bis dieses gute Stück hier rausgekommen ist. Wir haben hier eine schwarze Box und durchgängig, zumindest auf dem Deckel, dieses Muster, also das B für Beginner, dann dieses Fuchs Logo und AC, was wohl für Advanced Chemistry stehen dürfte. Das zieht sich hier über alle Seiten durch. Jawohl. Und dann haben wir auf der Unterseite aufgeklebt die Info. Kann man natürlich auch abmachen. Wir sehen schon, dass mit einem so einem Klebetropfen hier festgemacht worden. Und hier lesen wir, zur Info, Limited Box Set, CD-Album, 25 Jahre, Rote Flora, Konzert-TVD, Mixtape und exklusive Beginner-Cap. Dann die Tracklist des Albums, dann der Konzert-TVD. Und dann haben wir auch noch als einen zweiten oder als einen weiteren Tonträger Foxy Music CD Mixtape, Credits und einen Barcode. Gut. Dann, nachdem es ja schon geklappert hat, werden wir die Box mal öffnen. Also, Oberseite habe ich euch bereits gezeigt im Deckel. Innen schwarz. Und der Rest der Box ist wirklich komplett in schwarz gehalten, auch außen. Wir haben hier einmal die Cap. Das dürfte wohl ein Poster sein. Das Album. Ups, da ist noch was hinten dran. Also, das Album. Zwei Sticker. Und dann haben wir auch hier noch Foxy Music. Okay, also, das dürfte dann wohl die Tracklist sein des Foxy Music, der Foxy Music CD, des Foxy Music Mixtapes. Die war ja hier nur betitelt, aber nicht die einzelnen Tracknamen. Gut, dann haben wir das hier auch noch dabei. Und unten haben wir noch so einen Einleger, in dem das Album eingefasst war. Könnt ihr natürlich rausnehmen, das ist wieder mal aus Karton, beziehungsweise Papier. Alles klar, dann machen wir die Box mal wieder zu. Und kommen zum Album. Das Ganze noch verschweißt. Werden wir auch direkt mal öffnen. Ist die Frage wo am besten? So. Gut, dann haben wir das Album an sich. Sieht so aus, das Cover. FSK ab 6 freigegeben. Dürfte der DVD geschuldet sein. Was ich gut finde, dass das ein Sticker ist. Sprich, wir können das hier entfernen. Ist nicht aufgedruckt. Und dann sehen wir hier einen, ja, einen Frauenausschnitt mit Jeansjacke darüber. Und dann hier auf dem Schoß dieser Fuchs. Und dann hier noch der, ja, Ring mehr oder weniger. Advanced Chemistry lesen wir hier. Beginner links oben zu lesen. Dann noch groß in schwarz und gelb die Rückseitebeginner beschriftet. Und dann haben wir hier noch die Tracklist des Albums. Also zwölf Stück an der Zahl. Dann haben wir hier die drei Herren. Also Denjo, Icy Eyes und DJ Mad. Und wir haben Features von Chases und Gentleman. Dendemann, Haftbefehl, Megalo und Sammy Deluxe. Also auf jeden Fall hochkariertige Features. Meine Favoriten des Albums sind einmal Track Nummer 1, der ja auch als Video ausgekoppelt wurde. Anma mit Chases und Gentleman. Und dann der Track Nummer, wo haben wir ihn? Nummer 9, Spam. Der ohne Feature. Hat mir sehr gut gefallen vom Text her. Okay, dann schauen wir mal hinein. Also, das Ganze ein Digipack. Sehr schön hier Advanced Chemistry zu lesen. Das dürfte wohl der Ring sein. Und dann haben wir zwei Tonträger und eine DVD. Jetzt würde mich nur interessieren, es dürfte ja wohl, ja genau, auch ein Booklet geben. Dieses hier rechts versteckt. Cover kennen wir bereits. Okay, also wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, hier steht zum Beispiel Chases und Gentleman dazu. Und was mich sehr erfreut, wir haben hier die Textzeilen abgedruckt. Also, kann man hier sehr schön die einzelnen Texte nachlesen. Wirklich jeder Track. Okay, dann haben wir hier noch eine Abbildung der drei Herren. Sehr schön. Und hier noch weitere Tracks aufgelistet. Okay, also sehr textlastig das Booklet. Hier nochmal die drei Herren. Gut. Ich bin immer Fan davon, wenn man die Texte irgendwo nachlesen kann. Dann haben wir die CD an sich. Advanced Chemistry. Diese sieht so aus. Also, schwarze CD und so orange-gelb bzw. weißer Schriftzug. Und dann hier noch Universal und Vertigo-Logo. Ja, das sieht man nur im Licht. So sieht die CD aus. Orangener Untergrund. Dann haben wir das Foxy Music Mixtape. In orange und weiß und schwarz gehalten. Auch wieder orangener Untergrund. Und dann noch die Live-TV, 25 Jahre Rote Flora. Sieht so aus. Ab sechs Jahren freigegeben. Gut. Ja, dann hier nochmal kurz die Tracklist zum Foxy Music Mixtape. Hier sind keinerlei Features vermerkt. Allerdings zwei Tracks als Remix. Charlatan und Liebeslied Remix. Dann haben wir zwei Sticker. Einen quadratischen Sticker. Das Cover. Sehr schön. Also wirklich glänzend und top. Top Qualität. Und dann haben wir einmal den Logo-Sticker. Mit dem Fuchs. Sehr schön in schwarz und weiß. Wie in rund. Also in Kreisform. Dann kommt noch ein Poster zum Vorschauen. In quadratischer Form. Auch wieder das Cover hier abgebildet. Links oben lesen wir Beginner. Und hier wieder auf den Fingern auf dem Ring zu lesen. Advanced Chemistry. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch die Cap. Also die Cap komplett in schwarz und rot gehalten. Hier in rot und schwarz das Fuchs-Logo. Roter Schirm. Schwarze. Schwarzes Material. Beziehungsweise hier noch rot. Und hier hinten lesen wir noch Beginner. Auch in rot. Dann hier natürlich Snapback zum individuellen Größen einstellen. Auch in rot. Und dann kommen wir schon zum Innenleben. Also Merch Store lesen wir hier. 100% Acryl Made in China. Grüße gehen raus. Und ja. Hier die Innennähte in rot. Das Schweißband hier in schwarz gehalten. Macht auf jeden Fall für mich einen guten Eindruck die Cuppe. Also Snapback immer eine gute Sache. Weil es ja doch dann unterschiedliche Größen gibt. Dass man sich das individuell hier anpassen kann. Und natürlich vom Ersteindruck was mir jetzt auch auffällt. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie abstehende Fäden oder irgendwelche losen Fäden hier sehen. Schwarz-Rot. Sehr schöne Kombination. Gefällt mir echt gut die Cuppe. Ja. Zum Abschluss. Fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cuppe in schwarz und rot. Die Snapback. Das Poster einseitig bedruckt in quadratischer Form. Die zwei Sticker. Einmal der kreisrunde Sticker. Und einmal der quadratische Sticker. Und dann haben wir noch das Album im Digi-Pack inklusive DVD und inklusive Foxy Music Mixtape. Das alles in dieser wunderbaren Box. Advanced Chemistry von den Beginnern. Mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem Album bzw. der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Beginner unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.